Eid in Taiwan Hallo zusammen, zurück zu Eid in Taiwan. Jetzt bin ich gerade in einem traditionellen taiwanischen Markt und möchte euch zeigen, wie das hier aussieht und so läuft das. Hier haben wir Gemüse, nein besser gesagt Früchte, alle mögliche Früchte. Hier haben wir noch Geflügel, also Boulé, die ganze Boulé, die Beine von denen. Hier haben wir noch Schweinekopf und Würst. Also das hängt irgendwie alles da ein wenig rum. Kann man gerade kaufen. Und da hat es auch noch sogar schwarze Poulé. Die sind so spezielle Poulés, keine Ahnung. Kann man auch gerade kaufen. Dann sind wir nachher der Zubereiter von uns. Das sind schon gekocht. Ganz viel Fleisch hängt da oben. Kann man einfach sagen, was wir wollen. Und die schneiden wir nachher davon. So, wir haben ein paar Gemüse. Alles frisch vom Feld. Und, was haben wir da? So, wir haben noch mal Poulé. Demarau. Das Fleisch, das hängen ist. Wie es aussieht, ist das sehr fein. Weil wir sind hier am warten. Das ist noch am Abentröpfeln. Und keine Ahnung, was es ist. Wir haben sicher keine Ahnung. Das ist ein parameter. Wir haben das in eine Ahnung, bei der Nähe zu vermitteln. Wir sind hier oben und wirken die Ahnung. Und wirken hier oben das. Ich bin zu spüren. Und wirken hier in die Ahnung. Ich mache den Nage. Ich mache das. Wirken hier in die Ahnung. Pule, ganze Pule jetzt kommen wir zu der Fisch-Afteilung Frucht, Gemüse Schweins-Achse Schaut mal raus und noch mal Bleiben, zwei, drei und drei und drei und drei und drei und drei JBB 5,4 2,5 und Neues 11 Vielen Dank.